Die Personen in dem Boot sind frei. Und weil sie frei sind, haben sie etwas Königliches und Göttliches. Der König und die Königin haben sich befreit. Befreit von den Martern des Lebens. Sie haben sie überwunden. Das ist der Neubeginn. Das ist eine Tabula rasa. Das ist ein Nichts, von dem aus die Kunst noch einmal völlig neu aufgrund der Realitätserfahrung begonnen wird. Ich suche aus der gegebenen Gegenwart die Brücke zum Unsichtbaren. Das Unsichtbare sichtbar machen durch die Realität. Die Königin trägt den größten Schatz, die Freiheit. Die Freiheit ist das, worauf es ankommt. Sie ist die Abfahrt, der neue Beginn. Die Freiheit ist die Hilfe. Die Freiheit ist das, worauf es an der Lage ist. Vielen Dank.